Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. In der heutigen Einheit geht es noch einmal um den Vertragsschluss auf elektronischem Wege und heute speziell um Internetauktionen. Internetauktionen sind ein relativ altes Phänomen im E-Commerce. Es gibt sie sozusagen, solange das Internet größere Bedeutung für einen breiteren Bevölkerungskreis hat. Die ersten Plattformen sind ab 1995 erstanden, zunächst in den USA, wo damals schon die heute beherrschende Firma Ebay ihre Aktivität begonnen hat. In Deutschland waren die Pioniere die Firmen Alando und Riccardo.de. Riccardo.de war die namensgebende Plattform für eine frühe BGH-Entscheidung in diesem Bereich. Letztlich hat sich bei uns, wie Sie wissen, Ebay durchgesetzt. Das Ebay-Logo sieht heute ein bisschen anders aus, aber Riccardo.de ist in Deutschland verschwunden, gibt es nur noch in der Schweiz. Das Ganze hat große wirtschaftliche Bedeutung heute. Wenn Sie diese Kurve sehen, dann sehen Sie, dass in den letzten Jahren die Gesamtumsätze auf der Plattform Ebay etwas stagniert haben. Wenn Sie danach suchen, finden Sie auch, dass es durchaus Schlagzeilen gibt, die Ebay in Schwierigkeiten sahen. Aber in der Corona-Krise sind die Zahlen dann wieder kräftig hochgegangen. Da wurde wieder mehr auf diese Plattformen umgesetzt. Das Ganze bleibt also mit einem Umsatz auf der Plattform von über 27 Milliarden Dollar in einem einzigen Quartal in 2020 ein ganz bedeutender Wirtschaftszweig. Uns Juristen interessiert es nicht nur, weil es so ein wichtiger Wirtschaftszweig ist, sondern noch mehr deswegen, weil Online-Auktionen die Rechtsgeschäftslehre in Deutschland enorm vorangebracht haben. Es gibt eine kaum mehr zu überblickende Vielzahl von Gerichtsentscheidungen, auch höchstrichterlichen Entscheidungen zum allgemeinen Teil des BGB, die alle motiviert sind durch Vorkommnisse auf Ebay und anderen Auktionsplattformen. Ich würde sagen, keine andere Modus des Vertragsschlusses hat so viel Entscheidungsbedarf geschaffen, hat so viele neue Fragen aufgeworfen wie Online-Auktionen. Deswegen müssen Sie uns interessieren, deswegen müssen wir uns zunächst mal klar machen, wie das funktioniert. Das ist sicherlich vielen Zuschauern berüst, weil sie selber schon auf Ebay gehandelt haben. Prinzipiell läuft es genauso ab wie eine herkömmliche Auktion. Wir haben zwar keine Bieter mit Schildern in der Hand, die damit winken und zeigen, dass sie ein Gebot abgeben, wie man das oft auf Illustrationen sieht, aber wir haben eben Bieter, die ihre Gebote über das Internet abgeben und sich zu übertreffen versuchen. Was fehlt im Vergleich zur herkömmlichen Auktion, ist der Auktionator, der irgendwann den Hammer fallen lässt und den Zuschlag erteilt. Stattdessen wird eine Online-Auktion einfach durch Zeitablauf beendet. Das funktioniert im Einzelnen so, dass zunächst mal alle Beteiligten, also sowohl die, die Waren anbieten wollen auf der Plattform, wie diejenigen, die dort eventuell Gebote abgeben und kaufen wollen, sich bei der Plattform, also beispielsweise bei Ebay, registrieren müssen, dort ein Nutzerkonto einrichten müssen. Wenn man dann etwas anbieten will, macht man das in der Weise, dass man eine Auktion einrichtet, ein Angebot freischaltet und dafür einen Startpreis festlegt. Damit gibt man zum Ausdruck, jedes Gebot, das oberhalb dieses Startpreises liegt, bin ich bereit zu akzeptieren und mit dem Meistbietenden soll der Vertrag zustande kommen. Meistbietender heißt Meistbietender am Ende der Auktionszeit, denn es gibt ja keinen Auktionator, der überlegen kann, wann er den Zuschlag erteilt. Stattdessen wird eben eine Auktionszeit festgelegt und dann haben die übrigen registrierten Nutzer der Plattform die Möglichkeit, ihre Gebote abzugeben. Wer dann der Meistbietende ist bei Zeitablauf, bekommt den Gegenstand und muss zahlen. Damit der Mechanismus funktioniert, damit es auch für beide Seiten verlockend ist, schreiben die Plattformen vor, dass man weder ein Angebot ohne weiteres zurückziehen kann, wenn man es einmal freigeschaltet hat, noch ein Gebot, das man einmal auf einen Gegenstand abgegeben hat. Wenn man Gebote zurückziehen könnte, wäre das schlecht für den Anbieter, der ja darauf baut, dass die Bieter sich gegenseitig überbieten und am Ende einer mit einem relativ hohen Gebot übrig bleibt. Könnte der dann sagen, oh, ich habe es mir nochmal überlegt, ich ziehe zurück, dann hätte das Ganze für den Anbieter keinen Wert. Umgekehrt sind die Bieter ja durch die Hoffnung motiviert, dass sie ein Schnäppchen machen können. Dafür ist wichtig, dass der Anbieter auch dann, wenn der Preis ihm nicht gefällt, am Schluss den Gegenstand herausgeben muss. Das ist anders nochmal als bei der herkömmlichen Auktion, wo der Vertrag erst zustande kommt, wenn der Auktionator den Hammer fallen lässt und das kann er auch unterlassen, wenn er feststellt, dass keine guten Gebote kommen. Das funktioniert also online etwas anders. Das Ganze ist nicht so neu und modern, wie es wirkt. Nicht nur gibt es das seit 1995, sondern es gab solche Mechanismen der Auktion auch schon in der Offline-Welt. Schon mindestens seit dem 19. Jahrhundert war es üblich, dass man Auktionen in der Weise abgehalten hat, dass man eine Kerze angezündet hat und dann so lange Angebote möglich waren, Gebote möglich waren, wie die Kerze brannte. Wenn die Kerze runtergebrannt war, war Schluss und damit hat man letztlich denselben Mechanismus, wo eben der Zeitablauf, die Uhr, die Rolle des Auktionators übernimmt, wie bei Online-Auktionen. Wie setzt man sowas nun rechtlich um? Nun, das ergibt sich im Wesentlichen aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Plattform. Ich habe Ihnen hier die Bedingungen von eBay mal abgedruckt in der neuesten Fassung. Da können Sie sehen, dass festgelegt wird, dass die Freischaltung eines Angebots als Vertragsangebot, als verbindliches Angebot eines Kaufvertrages zu sehen ist, obwohl ja da weder der Kaufpreis feststeht, der soll ja erst durch die Auktion ermittelt werden, noch auch der Adressat des Angebots und dass jedes Gebot, das ein Nutzer abgibt, seinerseits als Annahme dieses Vertragsangebots bewertet wird und zwar als bedingte Annahmeerklärung, nämlich bedingt dadurch, dass der entsprechende Bieter am Schluss des Auktionszeitraums der meistbietende bleibt. In Punkt 6 und 7 sehen Sie dann die Sicherungen dagegen, dass Angebote von den Warenanbietern oder Gebote von denen, die sich an der Auktion beteiligen, ohne weiteres wieder zurückgezogen werden. Eine wichtige und interessante dogmatische Frage ist nun die, wie wirken diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, die diesen Online-Markt regeln und ordnen sollen, eigentlich zwischen den Parteien, denn sie sollen ja letztlich das Zustandekommen eines Kaufvertrages zwischen Anbieter und Gieter regeln, sie werden aber vereinbart zwischen den Nutzern der Plattform und dem Plattformbetreiber, wenn sich die Nutzer registrieren lassen. Dann müssen sie diese AGB akzeptieren. Um sich klarzumachen, wie das funktionieren kann, muss man sich unterhalten können. Ich habe mal vorgeschlagen für diese beiden Verhältnisse, um die es geht, die Bezeichnung Marktverhältnis und Benutzungsverhältnis. Marktverhältnis ist also das Verhältnis zwischen Anbietern und Bietern, die sich auf diesem Marktplatz begegnen und Kaufverträge miteinander schließen wollen. Benutzungsverhältnis ist das Verhältnis aller registrierten Benutzer zur Plattform. Und die allgemeinen Geschäftsbedingungen, wie schon gesagt, werden nun vereinbart im Benutzungsverhältnis, sie sind Gegenstand der Vereinbarung, die das Benutzungsverhältnis konstituiert, sollen aber wirken im Marktverhältnis, sollen den Kaufvertragsschluss zwischen Anbieter und Bieter regeln. Wie kann man sich das nun vorstellen? Meines Erachtens ist das so zu begreifen, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die ja von allen Beteiligten akzeptiert worden sein müssen, sonst wären sie nicht registriert auf der Plattform, den Empfängerhorizont für die Erklärung des jeweils anderen Teils prägen. Wenn ich also als Bieter ein Angebot auf Ebay sehe, dann weiß ich, der Anbieter hat die Ebay-AGB akzeptiert, das heißt, er macht mir ein verbindliches Vertragsangebot, denn so ist es ja in den Benutzungsbedingungen festgelegt, dass jedes freigeschaltete Auktion auf Ebay ein verbindliches Vertragsangebot ist. Und wenn ich nun ein Angebot sehe, habe ich zwar vielleicht keine präzise Vorstellung von den AGB, ich weiß aber, wie die Plattform funktioniert, ich weiß deswegen, dass eben der Anbieter mir ein Angebot macht, von dem er nicht mehr runterkommt, dass er veräußern wird zu dem Preis, der sich ergibt. Umgekehrt gilt für den Anbieter, wenn er sieht, dass auf seine Ware geboten wird, dass Gebote eingehen, dann weiß er, diese Gebote sind zu verstehen als bedingte Annahmeerklärungen für den Fall, dass der jeweilige Bieter der meistbietende bleibt. Auch das ergibt sich daraus, dass der Anbieter ja weiß, jeder Bieter muss die Ebay-AGB akzeptiert haben und dadurch wird sein Verständnis dessen, was die anderen tun, geprägt. Das bedeutet zugleich, diese AGB sind zwar allgemeine Geschäftsbedingungen, sie werden von Ebay einseitig gestellt, im Marktverhältnis kann man sie aber nicht als Geschäftsbedingungen verstehen, da werden sie nicht vom Anbieter und auch nicht vom Bieter gestellt und deswegen kommt in diesem Marktverhältnis auch keine AGB-Kontrolle. In Frage, weder eine Einbeziehungs- noch eine Inhaltskontrolle. Die AGB wirken da aufgrund dieses Mechanismus, dass sie das Vorverständnis beider Parteien von den Erklärungen des jeweils anderen prägen. Aber eine AGB-Kontrolle kommt nicht in Betracht, selbst wenn also die Bestimmungen von Ebay zu dem Ablauf des Vertragsschlusses unwirksam wären, weil sie eine Seite unangemessen benachteiligen, würde sich daraus nicht ergeben, dass sie auch unwirksam wären im Verhältnis zwischen Anbieter und Bieter, jedenfalls meines Erachtens. Das ist nicht ganz unstreitig, meines Erachtens aber die beste Erklärung und wohl auch die, die letztlich die Rechtsprechung zugrunde legt. Es ist beispielsweise auch diskutiert worden, ob zwischen den Benutzern und den Plattformbetreiber im Benutzungsverhältnis eine Art Vertrag zugunsten Dritter zustande kommt, der die Anwendbarkeit der AGB gewissermaßen mit Drittwirkung vereinbart. Das scheint mir eine etwas gezwungene Erklärung. Schauen wir uns nun die Funktionsweise der Ebay AGB und die Probleme, die das aufwerfen kann, an einem berühmten Fall an, vom BGH entschieden und auch in seiner amtlichen Sammlung veröffentlicht. Da geht es um das Angebot eines Pkw. Das ist häufig der Ausgangspunkt in mehreren wichtigen Entscheidungen. Hier wird ein Golf angeboten für den lächerlichen Startpreis von einem Euro. Das würde sicherlich V. nicht freuen, wenn es bei diesem Startpreis bliebe. Er macht das wohl, um mehr Bieter anzulocken. Das ist aber eine etwas gefährliche Methode, wie schon mehrere Anbieter auf Ebay herausgefunden haben, weil es passieren kann, dass die Zeit zu knapp wird, dass also die Auktionszeit bei so einem niedrigen Startpreis nicht ausreicht, dass ein anständiger Preis zustande kommt, vor allem dann, wenn am Anfang so ein Angebot erstmal unbeachtet bleibt. Der V. hat vielleicht schon solche Ängste und baut vor. Er hat nämlich heimlich ein Zweitkonto, mit dem er selber auf seinen eigenen Artikel bietet. Es kommt also zunächst dazu, dass irgendjemand 1,50 mal einen Euro bietet. Dann bietet der K., der spätere Käufer und Kläger, 1,50. Und dann wird er von V. überboten und dadurch steigern sich V. und K., V. mit seinem Zweitaccount, also unerkannt, in ein Bietergefecht, an dessen Ende ein Preis von 17.000 steht. Das ist der Preis, mit dem dann letztlich V. selber mit seinem Zweitaccount Sieger bleibt. Das ist sicherlich planwidrig. Er hat es gewiss darauf angelegt, dass am Ende der K. vorne liegt und hatte gehofft, den noch zu einem höheren Gebot zu bringen. Aber bei 17.000 war für K. Schluss und da V. zuerst 17.000 geboten hat, bleibt er Sieger. Nun kommt die ganze Sache irgendwie an den Tag und der K. verlangt, dass er doch noch den Pkw bekommt und zwar nicht für die 17.000, die sein Maximalgebot waren, sondern für 1,50, für sein erstes Gebot. Frage also, kann er das verlangen? Es geht letztlich um einen Anspruch auf Lieferung dieses Pkw, Zug um Zug gegen Zahlung von bloß 1,50. Anspruchsgrundlage ist damit 4,33 Absatz 1 und erste Voraussetzung natürlich ein Vertragsschluss zwischen K. und V. Wie der Vertragsschluss sich gestaltet, ist nach dem, was wir schon gesagt haben, relativ klar. Zunächst mal haben wir ein Vertragsangebot seitens V. Denn wie wir jetzt schon uns klargemacht hatten, ist ja bei den Ebay-Auktionen es tatsächlich so, dass die Freischaltung des Accounts ein verbindliches Angebot darstellt. Das ist früher auch angezweifelt worden, deswegen, weil dieses Angebot ja die Essentialia Negocii nicht erhält. Sie haben vielleicht noch im Lehrbuch gelernt, dass ein Angebot so definiert wird, dass es alle Essentialia Negocii nennt und vom Empfänger nur noch mit Ja oder Nein beantwortet werden muss. Diese Definition ist, wie nicht nur, aber wesentlich diese Auktionsfälle zeigen, korrekturbedürftig. Ein Angebot kann auch ein sogenanntes Angebot ad insatum pretium und ad insatas personas sein. Das heißt, es kann so gestaltet sein, dass die Essentialia Negocii noch nicht festlegen. Wer so eine Auktion freischaltet, weiß nicht, mit wem er den Vertrag schließt und er weiß nicht, zu welchem Preis. Er hat nur einen Mechanismus festgelegt, auf dem sich das entscheidet und das reicht aus. Das ist trotzdem ein wirksames Angebot, so sagt es jetzt auch der Bundesgerichtshof. Und so ist es wohl inzwischen weitgehend anerkannt. Also ein wirksames Angebot haben wir in der Freischaltung der Auktion, so wie das auch in den Ebay-Richtlinien festgelegt ist und so wie es deswegen auch K und andere Bieter verstehen müssen. Frage dann, wie kommt es zur Annahme? Prinzipiell verhält sich auch das entsprechend dem Mechanismus, der in den AGB definiert ist. Das heißt, jedes Gebot ist eine bedingte Annahmeerklärung. Wenn Sie auf Ebay schon mal ein Geschäft gemacht haben, wissen Sie, dass Ebay nicht einfach die Gebote, die man eintippt, eins zu eins übernimmt, sondern dass ein sogenannter Bietagent zwischengeschaltet ist, der von einem Gebot, das man als Nutzer abgibt, nur so viel öffentlich macht und weiterleitet, wie gebraucht wird, um die Führung in der Auktion zu übernehmen. Wenn also beispielsweise da ein Golf für einen Euro angeboten ist und Sie bieten 10.000, dann wird 10.000 als Ihr Maximalgebot angenommen. Der Bietagent gibt aber zunächst für Sie nur ein Gebot von 1.50 ein, ebenso viel, wie Sie brauchen, um das vorige Gebot zu übersteigern, um die Führung zu übernehmen. Und erst wenn ein anderer dann mehr bietet, werden weitere Gebote über Ihren Account automatisch ausgelöst, bis zum Höchstgebot von 10.000. Es handelt sich damit letztlich um automatisierte Erklärungen, die man anstößt, indem man so ein Maximalgebot eingibt. Das spielt für Ihre Wirksamkeit keine Rolle. Entsprechend dem, was wir in der letzten Einheit gelernt haben, sind auch automatisierte Willenserklärungen demjenigen, der den Mechanismus in Gang setzt, der den Automaten bedient, zuzurechnen. Und so ist das hier, wenn Sie die eBay AGB akzeptiert haben und deswegen wissen, wie dieser Bietmechanismus funktioniert, dann müssen Sie sich die Erklärungen zurechnen lassen, die der Bietagent auslöst. Das sind also ohne weiteres Erklärungen des Bieters, die eben so zu verstehen sind, wie sie in den eBay AGB definiert werden, also als aufschiebend bedingte Annahmeerklärungen. Dieser Vertragsschlussmechanismus widerspricht dem, was das BGB sich vorstellt für eine Versteigerung. § 156 BGB sagt nämlich, dass bei der Versteigerung der Vertrag durch den Zuschlag zustande kommt. Also der Auktionator, der entweder der Verkäufer ist oder den Verkäufer vertritt, der entscheidet über den Vertragsschluss, indem er das Höchstgebot annimmt, indem er dem Höchstbietenden Zuschlag erteilt. Das bedeutet zugleich, der Anbieter oder der Auktionator bleibt bis zum Schluss frei, ob er denn einen Zuschlag erteilen will. Er kann bis zum Schluss auch die Gebote ablehnen. Wie schon erläutert ist das hier anders. Das heißt aber nicht, dass dieser Mechanismus irgendwie gesetzwidrig ist oder nicht funktioniert. Ich hatte schon erwähnt, dass es bereits zur Entstehungszeit des BGB Vertragsschluss- oder Auktionsmechanismen gab, die so ähnlich funktionierten wie moderne Online-Auktionen. Schon deswegen ist klar, § 156 will sowas nicht ausschließen. Er ist abdingbares Recht. Man kann also einen anderen Vertragsschlussmechanismus vereinbaren. Man kann für eine Auktion vereinbaren, dass der Vertrag zum Beispiel durch Zeitablauf geschlossen werden soll und nicht durch einen Zuschlag und auch, dass eben der Anbieter von vornherein an sein Angebot gebunden ist. Dass § 156 BGB abdingbar ist, steht ziemlich fest. Allerdings ist nach herrschender Meinung noch nicht mal eine Abbedingung notwendig, weil man davon ausgeht, dass ein Auktionsmechanismus wie der bei Ebay oder im Internet von vornherein nicht unter den Begriff der Versteigerung im Sinne von § 156 fällt, sodass von vornherein gar nicht der Anwendungsbereich des § 156 eröffnet ist und es gar nichts abzubedingen gibt. Prinzipiell ist damit geklärt, dass auf Ebay Verträge geschlossen werden können. Das war schon Gegenstand der ersten Ricardo-DE-Entscheidung, dass dieser Mechanismus prinzipiell akzeptabel ist. Hier stellt sich nun die Frage, kann man denn auch auch auf seine eigenen Objekte bieten, kann also V mit seinem 2. Account wirksame Angebote auf sein eigenes Angebot auslösen. Und das ist zu verneinen nach Ansicht des BGH, die wohl auch richtig ist. Ein Vertrag, jedenfalls über Ebay, so sagt der BGH, setzt schwingend voraus, dass das Angebot von einem anderen angenommen wird. Also das Angebot ist zwar ad insertas personas, aber eben es ist an andere, nicht an den Anbieter selbst gerichtet. Und ohne, dass man überhaupt auf die Ebay-AGB und die Regelung des Vertragsschlussmechanismus zurückgreifen muss, so meint der BGH, kann man deswegen sagen, Gebote auf eine eigene Auktion sind nichtig und haben keine Wirkungen. Damit ist klar, dass dass hier der V die Auktion nicht gewonnen hat. Das wäre, wie ich hier noch angemerkt habe, auch nicht anders. Wenn der V nicht selber auf seine eigene Auktion geboten hat, sondern stattdessen über einen Strohmann, einen sogenannten Schill, deswegen spricht man auch von Schillbidding, das gemacht hätte, dann müsste man wohl sagen, dass das Erklärungen sind, die als Scheingeschäfte zu werden sind und deswegen nach 117 BGB unwirksam sind. Für uns ist das aus Sicht des BGH schon aus der Natur der Sache gegeben. Das bedeutet eben, dass nun K in Führung liegt. Die Frage ist nur, mit welchem seiner Gebote? Mit dem über 17.000 oder mit dem über 1.50? Und der Bundesgerichtshof sagt nun, dass bei diesem eBay-Mechanismus jedes Gebot zu verstehen ist, nicht nur, wie von eBay festgelegt, als aufschiebend bedingt, dass man höchst bietender bleibt, sondern zugleich auch als nur für den Fall abgegeben, dass es nötig ist, um das bisherige Höchstgebot zu übertreffen. Der Bundesgerichtshof erwähnt dafür zur Begründung auch diesen besonderen Biet-Mechanismus, der eben immer nur ein Angebot gerade in der nötigen Höhe abgibt. Mir scheint es darauf letztlich nicht anzukommen. Das ist eigentlich dem Wesen der Auktion inhärent. Wer ein Angebot abgibt, macht das, um zu überbieten. Und für alle Anwesenden ist klar, dass das Angebot nur unter dieser Voraussetzung gelten soll. Letztlich sagt also der Bundesgerichtshof, nicht nur die Gebote des V auf seine eigene Ware sind nichtig, sondern ebenso die Gebote des K, soweit sie nur nötig waren, um Gebote des V zu überbieten. Und damit bleibt nur das erste zu 1,50 übrig. Das war das einzig reelle Gebot. Und damit ist zu diesem Preis der Kaufvertrag zustande gekommen. So die Lösung des Bundesgerichtshofs. Und damit ergibt sich letztlich, dass zu diesem Preis gezahlt werden kann. Es ist in früheren Entscheidungen schon diskutiert worden, ob ein solches Schnäppchen, also Erwerb eines Golf für 1,50 nicht sittenwidrig ist und deswegen nach 138 BGB nichtig. Das wird ja im Allgemeinen bei so einem krassen Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung angenommen. Allerdings bedarf es dazu immer auch einer verwerflichen Gesinnung dessen, der das Schnäppchen macht. Und daran fehlt es bei dem, der einen solchen Mechanismus nutzt, der eben von beiden Seiten eingesetzt wird, in der Hoffnung, ein günstiges Geschäft zu machen. Insofern bleibt es also bei dem Ergebnis, der Vertrag wird nicht nur geschlossen durch Angebot und Annahme, er ist auch wirksam. Es gibt keine Möglichkeit, ihn etwa wegen Sittenwidrigkeit oder aus anderen Gründen seine Wirkung zu berauben. Ergebnis also, K bekommt tatsächlich seinen Golf für 1,50. Ja, schauen wir uns gleich noch einen weiteren Fall an, auch aus neuerer Zeit, wo es auch gerade um die Frage der Auslegung der Erklärung geht. Hier hat jemand ein E-Bike angeboten, diesmal nicht im Wege des Auktionsmechanismus, sondern mit einem Sofortkaufenpreis, also mit einem Festpreis, zu dem man direkt zuschlagen kann. Schreibt aber in die Artikelbeschreibung das folgende, Pedelec neu einmalig 2.600 Euro Beschreibung lesen. Das Fahrrad ist noch original verpackt, kann aber auf Wunsch zusammengebaut werden. Bitte Achtung, da ich bei der Auktion nicht mehr als 100 Euro eingeben kann, wegen der hohen Gebühren. Erklären Sie sich bei einem Gebot von 100 Euro mit einem Verkaufspreis von 2.600 plus Versand einverstanden oder machen Sie mir ein Angebot. Danke. Der K überfliegt das nun nur, sieht den super billigen Preis von 100 Euro und will deswegen diese sofort kaufen Option äh, Option aktivieren, also kein Gebot abgeben, sondern für diesen Fixpreis sofort kaufen. Als nun KV sagt, so war es nicht gewettet, sagt K, so viel Geld, wie du forderst, 2.600 will ich aber nicht bezahlen. Es geht hier also letztlich auch um ein nicht ganz sauberes Verhalten gegenüber eBay. eBay verlangt Gebühren für die Einstellung von Angeboten, die sind orientiert unter anderem an dem Festkaufpreis und hier wird er dann gering gehalten, obwohl in Wirklichkeit ein höherer Preis verlangt wird. Soweit der Fall. Frage auch hier, ist nun ein Vertrag zustande gekommen, kann Zahlung verlangt werden? Der Zahlungsanspruch ergibt sich natürlich aus 433 BGB und hat zur Voraussetzung wieder einen Vertragsschluss, dass die Freischaltung der Optionen auch mit dieser Sonderoption sofort kaufen verbindliches Angebot war, ergibt sich entsprechend dem, was wir schon beim ersten Fall gesagt hatten. Und die Betätigung der Sofortkaufen Option, das ist ja eine Variante, ich kann dann also statt ein Gebot abzugeben, zu einem Fixpreis, der etwas höher liegt, sofort zuschlagen, war natürlich Annahmeerklärung. Und an sich nach den eBay-Bedingungen Annahmeerklärung zum Preis von 100 Euro, so war der Mechanismus ja ausgerichtet. Die Frage ist nun, was folgt daraus, dass da etwas anderes dabei stand? Ich habe Ihnen hier dazu geschrieben, was der Bundesgerichtshof zu dieser Methode sagt, sind bei Verkaufsaktionen auf der eBay-Internetplattform die Erklärung der Teilnehmer nicht aus sich heraus verständlich oder unterlückenhaft und bedürfen sie deshalb der Auslegung. Es ist grundsätzlich zwar der Aussagegehalt der eBay-AGB ergänzend in die Auslegung der abgegebenen Willenserklärung einzubeziehen. Hier sehen Sie also dieses Prägen des Empfängerhorizonts durch die eBay-AGB. Es wird aber hier gesagt, rückt jedoch einer der Teilnehmer von den Regelungen der eBay-AGB erkennbar in bestimmter Hinsicht ab, kommt deren Heranziehung insoweit zur Bestimmung des Vertragsinhalts nicht mehr in Betracht. Es ist dann vielmehr das individuell vereinbarte maßgeblich. Hier hat sich also der Frau sicherlich auf einem schmalen Grad bewegt, weil er eben versucht hat, das, was eBay nach seinen AGB und auch nach der Gestaltung des Angebots eigentlich sagt, sofort kaufen für 100 Euro, zu unterlaufen mit einer deutlichen Warnung, ich verlange in Wirklichkeit mehr, und das hat dem BGH gereicht. Er hat gesagt, dieses Gesamtangebot hatte den objektiven Erklärungswert für einen objektiven Empfänger eines Angebots für 2600, nicht eines Angebots für 100. Das wird man sicherlich nur sagen können, wenn das sehr deutlich gestaltet war. Hier war das aber hinreichend, und deswegen ist hier also ein Angebot zu 2600 gemacht. Dieses Angebot hat K angenommen. Für Frau musste es so wirken, dass er sich auf das Angebot einlässt, und damit ist der Vertrag zustande gekommen. Das wäre nun hier bitter für K. Allerdings hat K das Ganze ja nicht richtig gelesen, und war insofern über den Inhalt dessen, was da stand im Irrtum, und Sie ahnen es schon, wenn ich so formuliere, dann heißt das, es kommt hier tatsächlich auch eine Anfechtung wegen Inhaltsirrtum in Frage, die dann zum Erlöschen des Vertrags rückwirkend nach § 142 BGB führen würde. Das hat der Bundesgerichtshof hier bejaht. Er sagt, der K hat ja nicht nur eine Anfechtungserklärung abgegeben, indem er hinterher gesagt hat, so akzeptiere ich das nicht, ich zahle nur 100, sondern er hat eben auch ein Anfechtungsrecht gehabt, denn er wollte mit seinem Klick auf den Sofortkaufen-Button zum Ausdruck bringen, ich kaufe für 100. Tatsächlich hatte das Ganze aber durch die Formulierung des Angebots den Erklärungswert, ich kaufe für 2600, und damit fehlt ihm der erklärte Wille, ich akzeptiere, was da steht, und der wirkliche Wille des Erklärenden, ich will für 100 kaufen, auseinander, Möglichkeit zur Anfechtung wegen Inhaltsirrtums, und damit kam der K hier aus der Notwendigkeit, 2600 Euro zu bezahlen, wieder raus, und der Vertrag musste nicht durchgeführt werden. So viel zu diesen zwei Fällen, damit ist die Problematik längst nicht ausgeschöpft, ich habe Ihnen hier noch ein paar Entscheidungen aufgeschrieben. Zu dem Problem eines missverständlichen Angebots habe ich gleich noch einen kleinen Fall für Sie, den ich Ihnen als Wiederholungs- und Vertiefungsaufgabe stellen möchte, deswegen sage ich zu dem ersten Problem hier nichts weiter, sage nur an der Stelle noch, dass auch die Vertiefungsaufgabe von der letzten Woche natürlich aufgelöst wird, dafür gibt es noch ein separates Video. Bitshielding ist eine weitere unsaubere Praxis, so ähnlich wie das Schillbidding, das ich Ihnen vorhin vorgestellt habe. Beim Bitshielding geht es darum, dass man ein hohes Gebot abgibt, nachdem man vorher ein niedriges Gebot besetzt hat, also man gibt erst mit einem Account ein niedriges Gebot ab, dann mit einem anderen ein sehr hohes und versucht auf diesem Wege weitere Bieter abzuschrecken, weil schon ein hohes geht und später zieht man das höhere Gebot zurück, um mit dem Niederen zum Zug zu kommen. Das Ganze ist nach den E-Bay AGB und nach den Mechanismen nicht so einfach zu bewerkstelligen, kommt aber wohl auf anderen Plattformen vor. Der Account-Missbrauch ist ein Thema, das die Rechtsprechung viel beschäftigt hat und das Sie unbedingt kennen sollten. Viele von Ihnen wissen bestimmt schon, dass das Bieten unter einem fremden Account oder auch sonst das Handeln unter einem fremden Benutzernamen im Internet vom Bundesgerichtshof als Handeln unter fremdem Namen bewertet wird und dass der Bundesgerichtshof in der Regel annimmt, dass bei Internet-Transaktionen es dem Partner auf die Identität seines Vertragspartners ankommt, sodass derjenige, der unter fremdem Namen behandelt wird, behandelt wird, als würde er in fremdem Namen handeln, als gäbe er eine Erklärung als Vertreter des wahren Account Inhabers ab. In der Regel geschieht das dann als Vertreter ohne Vertretungsmacht, wenn der wahre Account Inhaber nicht einverstanden war mit dem Gebrauch seiner Zugangsdaten oder seines Kontos und insofern führt das zu einer Haftung des jenigen, der den fremden Account missbraucht, als Vertreter ohne Vertretungsmacht, es sei denn, dass der wahre Account Inhaber das autorisiert hat oder dass er den anderen hat gewähren lassen, zur Verantwortung gezogen werden kann. Wenn Sie diese Problematik nicht kennen, sollten Sie unbedingt die Entscheidung BGHZ 189 346 nachlesen. Dass der Abbruch einer Auktion nicht ohne weiteres zulässig ist, hatten wir und dann verlangt man von ihm Schadensersatz. Das kann nach Sicht des BGH unter Umständen rechtsmissbräuchlich sein. Zur AGB-Kontrolle im Marktverhältnis hatte ich schon das Nötige besagt. Zur Frage, ob Internetauktionen im Sinne des Gesetzes Versteigerung sind, hatte ich schon bei 156 BGB was gesagt. Es gibt noch eine Reihe von weiteren Vorschriften, wo diese Fragestellung relevant wird. Unter anderem für die Frage, ob das Widerrufsrecht ausgeschlossen ist. Das ist möglich bei herkömmlichen Versteigerungen, bei Online-Auktionen ist das jetzt gesetzlich klar geregelt, dass da das Widerrufsrecht besteht und nicht ausgeschlossen ist. Außerdem gibt es für Dinge, die bei einer öffentlichen Versteigerung erworben werden, einen erweiterten Gutglaubensschutz nach § 935 Absatz 2. Die können auch dann gutgläubig erworben werden, wenn sie abhandengekommen sind. Bei dieser Vorschrift hat man auch traditionell angenommen, dass sie nur für Versteigerungen im herkömmlichen Sinne gelten können, ist jetzt aber in 979 BGB ausdrücklich geregelt, dass auch Online-Versteigerungen möglich sind, dass auch für die dieser erweiterte Gutglaubensschutz gilt und das Portal www.justiz-auktion.de ist das praktische Ergebnis, da werden eben von Gerichtsvollziehern in öffentlicher Versteigerung Gegenstände angeboten. Das bringt uns ans Ende der heutigen Einheit. Wir versprochen noch ein dritter Fall, wo es auch um eine unklare Beschreibung geht und die Haftung dafür zum Selbststudium zur Wiederholung und Vertiefung. Es wird dazu dann eine Auflösung in der nächsten Woche geben, wo wir uns ansonsten mit dem Überweisungsrecht befassen werden. Es wird dann also nicht mehr um den elektronischen Vertragsschluss gehen, sondern um die elektronische Vertragsdurchführung in einem natürlich für unsere Wirtschaft besonders wichtigen Feld. Für heute vielen Dank.